oder herzlich willkommen zu einem weiteren live commentary hier auf meinem kanal wenn hier heute mal wieder live ein paar gegner zerschnetzeln so wie sich das gehört ich werde auf jeden fall in nächster zeit viele live commentaries machen der früher auch ob normal ja ob normal auf jeden fall ab normal viele live commentaries gemacht eigentlich fast nie nachkommentiert weil ich live commentaries einfach selber mir richtig gerne angucke auf jeden fall bin ich hier mit der asm 1 am start vordergriff schnell ziehen und langer lauf soweit ich weiß ich weiß nicht ob schnell ziehen unbedingt dabei ist kann ich mich jetzt kranken oh mein gott nicht ganz genau sagen hier noch jemand so das gefühl als hätte mein auto eben dahin gezeigt da haben wir es auf jeden fall schon weg ist ne oh mein gott leider da oben hat auf jeden fall mein spot der steht auf 6 0 wird richtig viele kills machen naja egal mein ziel sind auch viele kills ich will einfach durch russian und richtig euch action zeigen hier hoffentlich wird es nicht wieder so ein anstrengendes game wie das letzte live commentary weiter das war ja echt kritisch da zum glück habe ich nach oben geguckt ach das ist ja die klasse mit bombardierung und so natürlich kritisch jetzt will ich das nicht unbedingt einsetzen weil dann nehme ich mir selbst die ganzen kills weg erstmal chillen erstmal chillen so da ist ein easy triple so wo ist der letzte ok jetzt muss jetzt mal weg das ist auf jeden fall noch mehr ich glaube ich gehe hier rum oh gott so ein fail aim kommt der? ne der guckt jetzt nach da da will ich jetzt nicht hin aim oh mein gott jungs geht schon wieder ab hier das ist natürlich jetzt sehr gerusht was ich jetzt hier mache egal juckt mich nicht der andere ist unten durch glaube ich ich brauche meine drohne hopp stirbt doch Digger belastendes videomaterial hier oh ich muss richtig schwitzen weil mein teammate hier so viele kills macht muss auf die andere seite der map oh fuck macht übel viele kills man muss jetzt komplett durchrushen wenn das noch was werden soll drohne raus okay brutal jungs brutal zack 26 27 das über mir 28 29 oh das war schon 30 lol dna live jungs nice egal noch gestorben scheiß drauf wobble draus oh mein gott leute wieder dna live live bei mir und wie viele kills alter oh ja man ja man oh yeah 34 1 gerade oh mein gott komm bombardierung nochmal richtig drüber Digger ja macht natürlich kein kill geil so muss das natürlich richtig krasse bombardierung auf jeden Fall war da hinten noch einer oh mein gott ist mir jetzt egal dna live wieder egal ich muss mich damit pushen alles cool auf jeden fall nice ansehnlich bin richtig durchgerusht ich hatte richtig angst dass der typ zu viele kills macht es waren mehrere ne 10 10 ja es waren mehrere zusammen ich dachte die ganze zeit einer macht so übelst viele kills und schafft vielleicht auch ne dna aber naja nochmal lack gehabt auf jeden fall nice oh noch ein paar kills machen das ist immer schön nach ner dna zockt man immer so entspannt finde ich das ist richtig nice oh mein gott wie ich noch mein aim richtig gefällt aber er mich auch zum glück nicht bekommen hat alter ja leute auf jeden fall das letzte video hat ja richtig richtig schön ähm hier dingsbums aufrufe bekommen und richtig viele likes über jetzt knapp 200 likes Leute richtig richtig nice hier war auf jeden fall heute ein blutiges massaker am start muss ich auf jeden fall schon mal sagen alter richtig richtig nice ich hatte auf jeden fall auch die komplette blutausrüstung dabei das wollte ich euch nämlich gleich am anfang sagen äh jetzt machen wir hier noch die kiste auf es ist natürlich auch noch die silver bullet drin denke ich mal die beste sniper na schade nur die chickenary Emily chickenary und ich würde sagen ja wir hören uns dann im nächsten video haut rein bis zum nächsten mal Leute ciao ciao